Hallo und herzlich willkommen zurück auf der wunderschönen Insel gibt es leider nur das hier, ein Alphatier. Ich sehe jetzt mehrere davon. Beziehungsweise ist Alphatier gar nicht angegriffen. Das ist irgendwie nur die Narku. So, wie hat er mich da hinten angegriffen? So, der Stichorn weicht 51 weiche Leder. Aber wir haben eigentlich das Ziel nicht erreicht. Ist ein bisschen doof. So, Drachmen. Was ist los? Verlorener Schlüssel. Interessant. Also, das war irgendwie nichts. Ich frage mich, ob das der Ort ist. Marmorsteinbruch. Ist ja auch ein Steinbruch. Ob da das gesuchte Ding ist. Ich habe keine Ahnung. Wir versuchen es mal. Wo wir da den nächsten Kultisten finden. Weil da ist ja auch ein Steinbruch. Das habe ich nie beachtet vorhin. Also in den letzten paar Episoden, dass wir da das gesucht haben. Bin ich nie drauf gekommen, auf diese Insel nachzuschauen. Weil es gibt ja nur da oben und unten. Und das ist auch so artiger gehört. Habe ich irgendwie nicht ganz gerafft damals. Und ähm... Ich denke mal, vielleicht, dass es sowas ist. Gibt es da... Da hinten nicht? Ne, was ist das? Wir fügen eines Bruders. Nö, machen wir nicht. So. 800 Meter in diese Richtung. 900 Meter kriegen wir hinten. Was nur irgendwie komisch ist... Die Beschreibungen teilweise in diesen Spielen sind... ...sehr kurios. Teilweise sehr doof, weil sie sehr einfach beschrieben sind. Aber dann... Es gibt kein... Es gibt kein Mittelmaß hier in einem wunderschönen Spiel hier. Also da wird manchmal aber erwähnt... Joa, renn da hin und mach das. Und am Schluss... Irgendwie, ja, da wäre eine Person, die eventuell... ...mit der Person, die da dann irgendwen mal getroffen hat... ...der dann in diesen Pappen war. Ähm... So war's dann. Aber ein Mittelmaß irgendwie gibt es da hier. Funktioniert nicht. Ist nicht vorhanden. Das ist doch ein bisschen schade. So viele Schiffe. Und so viele Menschen. Hier gibt es genug Nahrung, um Kefalenia ein Jahr lang zu ernähren. Ich rufe jetzt mein Schiff. Oh, da ist es. So geht das also. Ich hab's irgendwie gewusst. Da muss doch irgendwas sein. Bereit zum Aufbruch. Der Kapitän, die man nicht mehr steuert. Reisen wir mal auf diese wunderschöne Insel. Und schauen, ob es denn da was... Ob wir da richtig sind. Wir haben auch mal durch Zufall... ...jemand umgebracht. Ist das gar nicht die Insel? Yo. Aber wir reisen rundherum, ne? Ich bin jetzt so doof und werd da wieder an... ...an... ...anliegen. Ich will nicht wieder anlegen. Welche Insel ist das da vorn? Das, meine Gute, ist die berühmte Insel Salamis. Der Ort, wo die Athener die Perser besiegt haben? In dieser Bucht hat der große Athener Strategos Themistoclus die persische Flotte vernichtet und die griechische Welt davor bewahrt, ausgelöscht zu werden. Ich glaube, sie müssen erst wieder zu Atmen kommen, aber... ...wachen wir auch gleich weiter. Okay, Ende mit dem Gelände hier. Wir können auch ein bisschen weiter ran an Land, aber... ...naja, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und ich hab den Steinbruch hier total ver... ...einmal vergessen. Gleich ist er wirklich der Steinbruch, der... ...den wir so längstens suchen, ne? Ist auch ein Marmor-Steinbruch, also... ...wir haben hier mal einen Schatz geplündert. ...geplündert. Hm. Wirklich? Ein paar Eisendrocken. Oh, Olimenholz. Weil jetzt Nacht ist, ist bestimmt weniger los. Was hier auf Salamis wird in Vermechten, ist ein großer Krieger, hast du gedacht. Ach du Schwanzlecker, ja. Das soll mehr Punkte geben, ne? Wow. Ich brenne ja richtig nieder. Meck da, du Ranzenpopel hier. Wir besitzen nur... Okay. Ich hab gedacht, er würde jetzt nur Schaden machen durch, äh... Special Mutes, aber der hat schon was auf dem Kasten. Geht sie noch nach oben? Wir sind ein bisschen wenig Befehlshaber, die man umbringen kann. Ähm... Auch gut. Äh... Komm mal weg, du. Puddingpresse, ne? So ne Art. Das sind ganz weiche und formbare Herren. Oh, mitnehmen. Da kann man nix mitnehmen. Da ist niemand. Da ist niemand. Hm? Kann man hier nicht... Ah, okay. Ich kann hier nicht meditieren. Aufheben darf ich die Person auch nicht. Und töten davon hier wohl jeden. Aber irgendwie bringt das nichts. Okay, aber Befehlshaber gibt's hier offenbar ja auch irgendwo noch. Woher jetzt der da hinten kommt, hab ich keine Ahnung. Das... Na... Ach, der war wahrscheinlich auf dem... Auf dem... Dingensbummens... Auf dem Turm oben, ne? Der hat nen Namen. Du hast keine Chance. Ach so. Hallo. Ich hab doch ne Chance, ne? Ach so. Nicht? Wärm ist ein dummer, wenn ich keine Chance hätte, oder? Aber sie auch nicht der... Welcher Stein? Warum müssen wir denn noch finden? Aaaaah. Zu doof. So. Wollen wir mal kurz mal ab, was wir hier jetzt haben, ne? Wollen wir mal kurz mal ab, was wir hier jetzt haben, ne? Oh no. Hier gibt's irgendwie keiner, der sich helfen lässt. Vielleicht irgendwo ein unentdeckter Ort? Hier haben wir natürlich Nachrichtentafeln. Vielleicht ist die ganze Insel von diesem wunderschönen Marmorsteinbruch abhängig. Und könnte sein, dass ich jetzt, äh, der Befehlshaber natürlich, äh, ein bisschen an den Ort begebt, mit dem wir ihn dann umbringen müssen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Wir haben ja den Steinbruch niedergemäht. Und mal schauen, was es mit der Insel hier auf sich hat. Weil es gibt da mehrere Dinger, ne? Einfach einfach Personen anquatschen geht hier nicht, wie in, ähm, anderen Spielen. Ein bisschen schade. Aber wir haben ja Salamis, also eigentlich, hier kommt ja den Salami her, ne? Also... Man weiß, warum so ist, weil so ist. Nein, eigentlich nicht, aber egal. Mal gucken, was wir hier so auf der Insel haben für Questos. 1.000 Meter, 300 Meter. Hm... Ist das nicht hier, ne, auf der Insel? Nope. Gehen wir mal... den Ort und die Lupe mal schauen, was es da so gibt, weil auf der... gab's jetzt hier auch auf der Karte ein wunderschönes Bild. Ein Abbild von... von anderen Kollegen oder anderen Spielers. Vielleicht... macht man ja... machen jeden Tag Fotos. Vielleicht gibt's ja da was Besonderes zu holen oder zu tun. Mal schauen, was es da gibt. Wir müssen ja wirklich jeden Ort entdecken. Rausfinden, was wir so haben. Anscheinend ist die ganze Insel irgendwie... von einem Marmorsteinbruch abhängig. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Antigestele finden. Was ist denn Antigestele? Kann man das mieten? Hm? Entdeckt mich! Ich sehe mal, ob ich helfen kann. Ich finde, es klingt collectors turnen. TJa! 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 Tja... Das ist mir alle zu doof. Hinterm Stein. Da graben sie sich. W-w-was durchsuchen? Ah, Eisenbrocken. Wo bist du nur? Shit. Mann, ich bin da so doof. Nein. Hab ich nicht. Was ist das hier? Für ein wunderschöner Ort. Und die gibt es hier also auch. Also haben wir schon vorhin gesehen, aber... Wow. Aufheben. Nö. Was ist der Sohn Quatsch hier? Ah, nö. Komm ran, du, nö. So, durchsuchen, durchsuchen, durchsuchen. Hey! Okay, vielleicht kommt man da wieder zurück. Vielleicht. Bin ich mir nicht sicher. Warum laufe ich eigentlich immer wieder nach unten? Egal, wir laufen aber mal, nö? Bis wieder zwei Abzweigungen. Boah, das ist ja doof. Warum hat man nicht keine Karte für das ganze Ding? Oh. Ähm, du bist doof, nö? Hallo. Ich lass noch klicken, hier. Boah. Boah. So, hier. Handschuhe und hier Drachmen, Drachmen, Drachmen. Egal, wir gehen weiter. Äh, Richtung... ...die Süden, aber Richtung nach unten. Hm. Schwerer Bogen... Was gibt's denn hier? Hm. Irgendwie ja nichts. Was gibt's denn hier? Doch irgendwie deprimierend. Doch irgendwie deprimierend. Hm. Hö, und jetzt geht sie da hoch. Sind wir nicht von hier gekommen? Ist da nicht das Ende der Fahnenstange? Oder wie jetzt? Ähm... Und von hier sind wir gekommen. Das geht denn wieder hoch? Okay. Interessant, dass es hier wieder hoch geht. Hätte ich es nicht gewarnt. Wieso hoch? Jo. Mal schauen, was diese Treppe bringt. Irgendwie nur verderben. Mh... Boah, also... Hier kann man ja wirklich nur... Guck mal, guck mal, ist ein Raum hier? Habe ich hier Hier habe ich keine Map, oder? Nein, natürlich nicht Warum habe ich hier eine Map? Boah Ich habe mindestens einen Zufälligkeitspunkt Ja, danke Spiel Hallo Oha Oh Habe ich mal was zu suchen? Also ich meine hier nicht was ich finden, dass Irgendwie was von Wert ist Die Wand des Reisenden Aber irgendwo im Aber irgendwo im Nirgendwo versteckt das Ding Braucht ja niemand was In allen Ecken und Enden ein bisschen Kohle schäffeln Hier war aber jemand ein ganz cooler Hengst und hat sich hingesetzt Um mal gucken, ja lass uns auch gibt, ne? Oh. Oh. Jetzt haben wir aber einen Fähigkeitspunkt erhalten. Haben wir das jetzt abgeschlossen? Das ist die antike Stele und nun haben wir da eine gefunden. Mal kurz, irgendwo muss man hier wieder hochgehen. So, da fragt man sich jetzt, was will ich jetzt mit dem? Jetzt habe ich wieder einen Fähigkeitspunkt mehr. Vorsichtig, niemand darf mich sehen. Äh, durchsuchen, durchsuchen, durchsuchen. Ging vorher nicht. Das ist ja wirklich mal interessant. Hm, jetzt haben wir einen Fähigkeitspunkt eigentlich einfach nur abgestaubt. Fertig. Oh, das ist eigentlich wunderschön. Da hinten gibt's ein Pützchen. Und damit einen wunderschönen guten Abend. Wir sehen uns bis zur nächsten Runde. Duh. Duh. Duh.